Georg? Was machst du denn noch hier? Die machen Paris zu. Kommst du bald nicht mehr raus. Und du? Ich bin morgen wieder weg. Und wohin? Cassis. Wo ist das? Marseille. Ich werde mich einschiffen. Ich habe ein Danger-Visum für die USA. Was ist das? Ein Visum für besonders gefährdete Leute. Du bist besonders gefährdet, ja? Na, hör mal. Mein Artikel? Die Zeitung? Du kannst mir einen großen Gefallen tun. Ist auch ein bisschen Geld für dich drin. Du kannst die zwei Briefe für mich abgeben. Warum machst du das nicht selbst? Sind für den Weidel. Kennst den doch. Weidel der Schriftsteller. Hm? Der Große. War mal. Also früher. Den kenn ich nicht. Ich hab gefragt, warum du das nicht selber machst. Hab ich ja versucht. Aber die Hotelbesitzerin war so merkwürdig. Hast du es mit der Angst bekommen? Ich würd's eher Vorsicht nennen. Von wem sind die Briefe? Einer von seiner Frau. Und was ist daran so wichtig? Na, er scheint ja sehr wichtig. Der andere ist vom mexikanischen Konsulat. Du, ich war mit dem Weidel befreundet. Wir haben denselben Verleger. Da kann ich nicht einfach... Wann bekomm ich mein Geld? Das bekommst du, wenn du ihm die Briefe gegeben hast. Hotel Riad, Zimmer 6. Ich warte hier auf dich. Wie kommst du nach Cassis? Schleppst du dich noch mit dem Heinz ab? Nein. Gut. Morgen gut. Wir haben noch einen Platz im Auto. Aber eben nur einen. Willst du mit? Ich komm mit. Ich komm mit. Die machen Paris zu. Kommst du bald nicht mehr raus. Du kannst die zwei Briefe für mich abgeben. Ich komm mit. 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 Die beiden Wiese. Die Schiffspassagen. Tut mir leid, aber das muss ein Missverständnis sein. Bis zur Abfall ihres Schiffes sind nur noch drei Wochen. Ja. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Warum sind Sie von Bord damals? In zwei Wochen geht ihr alles den Bach runter. Die sind schon in Lyon, wie sie wahrscheinlich wissen. Und jetzt kommen sie nicht mehr raus, früher. Ich soll installieren im Velo-Drome. Er hat die ganze Welt verraten. Papier, s'il vous plaît. Am 23. mit der Montreal. Ich glaube nicht, dass es nächsten Monat noch ein Schiff geben wird.